Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir in den Kabinen und wir stehen hier gerade vor dem Hotel. Ich will gerade hier einchecken, weil es ja bald horde und ein bisschen Urlaub sollte man sich ein bisschen gönnen, ne? Und, äh, naja, mal gucken, was wir da zu sagen. Äh, hallo? Ripschapsion. Okay, wir werden erstmal die Fenster kaputt machen, die werden sich bestimmt freuen. Jo, den vermieten wir erstmal ins Zimmer. Der ist ganz cool drauf. Gut. Ist wirklich zu gewesen. Hä? Hallo? Hallo? Ach da! Robbe die Robbe! Oh oh! Der kann ja robben! Aber er ist sicher nicht schlüssig. Was soll ich denn tun? Der hat mich in die Ecke getrieben. Ich bin doch hier, äh... Das war doch nie mit Absicht. Ja, hab ich noch nie. Mir fällt gerade so... Aber ich hab immer noch mein, äh... Lass den Scheiß liegen Problem. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wie das eigentlich sein sollte. Aber hey. Und ich muss mal kurz hier, weil sonst dreh ich durch. Ich öffne diesen Tresor. Auf der Hoffnung, dass Verzeugs drin ist. Und ich sollte was trinken. Und verdammt, der hat mir schon Wille, äh... Ihr kostet hier... Penner der. Mach auf das Ding! Woosier. Woosier. Ich glaub, das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass ich den kaputt machen soll. Achso, deswegen ist derjenige rübergekommen. Er hatte seine Probleme. Ich glaub, die kommen ja alle raus. Ich brauch mich ja nicht anstrengen. Das ist sehr liebensgewürzig. Och, ey, echt jetzt? Hallo? Ist da jemand hinter, der mal kurz die Tür öffnen könnte? Wo ist denn hier mal ein Zombie, wenn man den mal braucht? Oh, Alter, das ist auch nicht besser. So. Äh. Gut, ich lass mir mal ein bisschen Zeit. Ich kippe lieber es erstmal in der Richtung. Ob ich so schnell reagieren kann, ist die nächste Frage. Ich muss den Blumen wegschmeißen. Oh mein Gott. Moins. Noch einer? Wo ist denn dein Tumpel? Ah, ist er. Hey. Hier ist anstehen. Das ist eine Einzeltolle. Kannst du nicht einfach hierher kommen? Erst bin ich da dran. Dann kannst du. So, was mach ich denn jetzt? Kaffee wegschmeißen? Nein, Junge. Das ist mecker von Ecker. Ich mach erstmal die Federn weg, wa? Ich lass erstmal ein paar Federn. Glas brauch ich auch nicht. Und das mach ich hier öffnen. Ja. Und dann Schmackhoff hat's. Jo. So, ich hab vielleicht ein bisschen Platz. Ja, die sind hier ein bisschen komisch drauf. Schönen guten Morgen. Zimmer Service. Ich muss hier die Bilder abnehmen, weil die sind nicht mehr Standard. Die sind alt. Und die werden kaputt gemacht. It is so. Wir leben hier in kaputt und überwegschmeiß die Gesellschaft. Jo. Das ist schon wille. Kaffee auf dem Klo. Das bringt mir auf eine Idee. Kaffee. Prost. Das hat mich vorhin gemacht. Um die Stimme anzunerzen. Hab ihn aber wieder vergessen gehabt. Jetzt ist er kalt. Hm, lecker. Kalter Kaffee. Jo, jo. Ey, die ist offen. Pullawasser. Blei. Ich hab schon gedacht, das ist ein Wahnsinn. So. Hier kam der andere her. Da ist nichts. Ich mach ihn trotzdem kaputt. Vielleicht haben sie ja irgendwann mal was geändert. Und der kriegt das nicht mit, weil er mir nachkriegt und tut. Was für ein Depp. Alter, du kriegst einen Drehwurm. Und wir sind noch unten. So. Schnell mal in eine Waschküche. Kicken, ob meine Waschküche fertig ist. Ach nee. War die oben? Ja. Ach nee, hier ist so. Toll. Meine Klamotten sind kaputt. Muss ich gleich mal an einer Reperzeption sagen. Hier, äh, Waschmaschine kaputt. Die frisst die Klamotten. Kann ja nicht sein. Eine Bonbon-Dose. So. Gib mal, wir kriegen Besuch. Aber der braucht noch eine Weile. Der hat Probleme, da die Stufe hochzukommen. Nee, jetzt ist er oben. Äh. Verdammt nochmal. Ich will den Kaffee nicht wegschmeißen. Aber den Leder brauche ich auch. Ich kann das hier so machen. Habe ich zwar Verlust, aber ich habe jetzt wieder ein paar Plätze frei. Äh, Plätze frei. Was ist denn hier los? Wird ich gar ein Herz buchen, oder was? Wo ist denn der Dritte? Ja, wo war der Gegen? Was für eine Pottsau. Der ist aber richtig Feuer und Flammen. Ist hier so einer Speck? Gib mal, Jammelflisch. Hey. Dit war nicht nett. Überhaupt nicht nett. So. Ach, ey, ich hasse den. Ein Spider-Man. Spider-Man. Ich muss nachladen, weil ich das vergessen hab. Und er hüpft. Und hüpft. Und hüpft. Ui, ui, ui. Kotzer. Kotzki, kotzki. Wieder da. Ah, ich komm zurück mit nachgeladen. Und ich hole. Und mach wundern. Wo geht der? Ja, okay. Gut. Hey. Ebullition. Futsch. Futschi Kato. Oh, echt jetzt? Jetzt schließen sie hier schon mit Klo ab, oder was? Ach du Kacke. Vielleicht war hier einer gerade kacken. Und da ist ein Merleur passiert. Kein Duft. Erfrischer. Und der wollte bloß auf Nummer sicher gehen. Ist das inkelhaft. Ich rieche jetzt schon. So. Und da ist wieder das Problem. Der Kabin, der nimmt alles mit. Wirklich alles. So, warte mal, wenn ich das, warte mal, da bringt zwar eine Felle, aber ich kann den das nehmen. Ich kann den das nehmen. Der ist nämlich auch Lebensenergie, will er. Irgendwie sehen die Räume gleich aus. Wirklich daran, weil sie gleich sind, Kabin. Alter, ich kriege einen Drehbogen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Warum sind wir da drüben? Ich werde doch lieber da drüben. Nee, bin ich nicht. Nee. Warum tue ich das eigentlich? Ich brauche doch bloß durch die Wände gehen. Das ist doch Holz, ne? Damit die durchreißen können. Von vorne nach hinten durch. Aber ich glaube, das hätte keinen Unterschied gemacht. Polarwasser. Ich habe jetzt eigentlich mit mehr Breast gerechnet. Breast pit. Oh, okay. Lockpicks sind auch nicht schlecht. Immer noch nicht. Das lohnt sich. Das lohnt sich ja nicht ab 47. So. Oh, das war die erste Etage. Verdammt normal. All righty, Dad. Was? Wo ging es rechts gerade? Wo bist du? Über uns? Oder bist du hier waschen? Das hört sich nicht nach waschen an. Ich glaube, der kommt. Ups. Ich glaube, der ist da. Ich sollte mal nachladen. Oh, oh. Es macht Wumms. Aber nicht bei mir. Ich bin noch nicht so gut mit der Waffe. Ich spiele erst Satan Zweitach. Satan die Zweitach. Oh, gut. Oh, gut. Okay, zu ihr Winner. Da ist noch ein Koffer. Stopp doch mal endlich. Du bist ja schon tot. Ich hasse Tote, die zu Frau ist, sind zu sterben. So, wo ist denn das Wasser? So, wir gehen. Wir lösen. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, die Tür. Wo sind denn die Oxt? Nee, weil ich es sonst wechseln müsste. Und das tue ich nicht. Das will ich nicht. So, warte mal. Das ist Stoff. Das ist Leder. Alles B, das habe ich. Das ist Jucht. Das ist eine Mod. Das ist ein Stein. Jo, ich wusste das. Ich habe das doch auch gemerkt. Ups. Mach die Gene zusammen. Hey, da ist ja ein Tresor. War da unten auch ein Tresor? Ich weiß das nicht. Müssen wir mal auf den Weg zurückgucken. Habe ich nicht drauf geachtet. Das ist schlecht, wa? So, ist ja nicht so, dass... Hey, ich kriege Munition wieder. Ups, ich habe den Chat aufgemacht. No, no. Bitte sei... Echt. Och, ey. Echt jetzt? Sag mal, ich habe Glas überhaupt drauf. Wenn ja, dann würde ich das gerne wegschmeißen. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte. Wäre ich ernst nicht. Oh, Alter. Ich schmeiße Glas weg. Und dann sage ich das nicht so, oder was? Alles wird gut. Und ich sehe gerade, der Tag wird rot angezeigt. Na ja. So viel dazu. Ich werde mal kurz den Ballermann reparieren. Okay, ich werde das nicht tun. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, das nicht zu tun. Kann doch wahr sein. Hallo? Alter, da könnten sie wenigstens mal eine Blume hier hinstellen. Alter, das ist irgendwie eintönig. Äh, ja, ja, weg. Sag mal, wie viele? Ja? Nee, das kann weg. Ich werde mir erst mal was zum Essen gönnen hier. So, sechs Pullerwasser. Äh, rein theoretisch, ich brauche doch nie wieder Wasser holen. Zum Trinken. Vor allen Dingen hattet ihr dann gleich eine schöne Wurzeln. Ich weiß, da war Farbe drin. Lobig. Aber ich bin zu deprimiert. Ich will keine Farbe. Vorhin wollte ich noch, aber jetzt will ich keine Farbe mehr. Pullerwasser. Na ja. Ey, wir kriegen wirklich ziemlich wenig Breath raus. Also es ist, äh, hey, Blume. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also mindestens in jedem Papierkopf, mindestens in jedem Ding oder in der Spülung. Ich bin mindestens erwartet. Das, äh. Munitionstechnisch mäßig ist das schwierig. Und schlecht. Und schwierig schlecht. Toll, Messer. Hey, jupi. Super. Spitze. Hey. Meine Freude ist so stark, ich kann die noch nicht mal ausdrücken. Hey, meine Toilette. Oh, schön. Pullerwasser. Ach, Mensch. Juhu, zwei Räume noch. Dann darf ich nach Hause. Ich hab gerade überlegt, ich mach den anderen Raum doch nicht. Obwohl, ein bisschen Zeit haben wir ja. Schon für die Abwechslung. Und da ich, äh, ich muss mir eine Kiste bauen, weil ich kann das ja nicht alles sammeln. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist ja ja nicht möglich. Leckst mich am Arsch. Das ist das langweilste Hotel, was ich kenne. Hm. Alter. Ich bin in der Zeit gealtert. Oh, mein. Kein Wunder, dass die keine Gäste hier haben. So, warte mal. Hier nochmal gucken. Nee, da kann ich ja nichts sehen, weil da ist egal. Schön ist anders. Thomas. Gut. Äh. Wenn ich jetzt hier eine Kiste insetze, dann verhess ich doch wieder. Ich kenn mich doch. Ich kicke, wir sortieren. Oder besser gesagt, ich versuche zu sortieren. Quasi so weit weg. Ja. Ich misch nicht so weit weg. Ich hab die Tür verfehlt. Hallo. Komm ins Licht. Triff dich nicht. Du, aber mich. Das ist fies. Du oder ich. Der Dumme ist, der kostet mir Lebensenergie und du bist schon tot. Hm. Oh, da ist ein Kotzer. Am besten sollt er jetzt loskotzen gegen Auto und dein Tod. Oh, Alter. Du hast mir eine Blütturm gekostet, du Penner. Daneben. Du, Kleiner. Er macht Bums. Ne, doch nicht. Hab ich aber noch Schweine gehabt, wollte ich gerade sagen. Lägt dich hin, Junge. Oh, oh. Naja. So. Ups. Ich find die Tür nicht. Jo. Da wollen wir mal gucken, ne. Bisschen Pumpen, dann passt das schon. Äh. Da hier so viel Zeug, das kriegt nie. Äh, das geht nicht. Hey, Mikes. Jammer, Flies. Gut. Nimm ich. Das ist ein Autoreifen. Hallo. Jemand zu Hause? Jemand anderes? Tatsache. Hä, zu spät. Der hat mich schon gesehen. Alter, jetzt reicht es. Immer auf dem Kopf, immer auf derselben Stelle. Ihr habt sie wohl nicht, Alter. Du oder ich? Spreit mir wenigstens wie ich nach Hause. Oh, oh. Äh, paar Blätter. Mein bester Freund. Habe ich gerade gesehen. Das war ja ein schönen, äh... Knob. Warum habe ich mich hier irgendwo... Ach nee, das war ja da. Halt. Munition. Okay, nur Munition. Na toll. Was ist denn der? Ich kloppe fertig, äh... Schnell... Raus hin. Oh, nö. Gut, hier. Geht damit. Ich hab noch Zeit. Munition. Ey, hab ich kein Schwein? Guck mal, da ist grün. Ich kloppe den erst mal aus. Zum Havik-Schutz-Smoody? Nö. Warum denn auch? Ich klopp mal nach. It is ein dicker. Also, ein Rocker. In den Kopf. Nochmal in den Kopf. Und... Zack. Und... Nochmal in den Kopf. Und... Oh, ist der aber schnell. Ich muss nachhören, Junge. Warte. Ich mach aus, die Narekissen. Weil ich jetzt kann. Okay. Ui, Gewinner. Alter, wie oft die schon rausgerannt sind. Stopp! Hui. So, jetzt können wir weitermachen. Alter, warte, war mit dem falsch? Jetzt bist du da, oder was? Ich komme rum. Alter. Die klauen uns die ganze Lebensenergie. Ich sollte vorsichtiger sein. Ich hab das darauf schwergestellt. Und ich bin weg. Ich will nie mehr. Ich hab doch keine Schutzen, Mutti. Kommt der nun? Wahrscheinlich. Ich hab Zeit. So, äh... In der Zeit, wo er kommt... Irgendwann... ...werd ich mal was trinken. Ist denn der? Er ist da. Ja, er ist da. Ich hab nie nachgeladen. Haha. Ist ein Spiel zwischen mir und mir. Und ich treffe dann auch nicht mal. Und der bricht mir die Haxen. Das ist immer so. Das mache ich immer so. Bin ich bescheuert? Ich hab doch noch eine Magnum-Modition. Und ich hab auch noch eine Magnum. Hey. Du Hopperu. Hopperu. Ja, die wählen sich auch... ...gegen. Hey. Spring mir nicht auf das. Sag mal. Einen Treffer und dann... ...äh... ...nicht, oder wat? Wo ist denn der Hetzel hin? Gut. Ich werd mich mal hier hinter verstecken. Und wenn ich es schaffe... ...werd ich mal kurz die Wumme wechseln. Äh... ...wenn ich sie finde. Da ist sie ja. Gut, Junge. Jetzt versuchen wir das Spiel... ...upps. Äh, normal. Ey, ich bin so... ...der beste Schütze. Oh, Alter. Ganz schlecht. Äh, dit kann dat werden, Leute. Äh, Leute, mein Dick. Die Mini aufm'n Zack. Alter, wat war denn nu los? Zieh in sechs, oder wat? Setzen, bitte. Jut, dass ik, äh... ...Bandagen und so mit bei hab. Äh... Warum denn? Brauch doch ke'n Mensch. Jut, aber trotzdem. Jut, keine Bandagen. Dit is schlecht. Ich muss nur schneller sein. Dit is jetzt et die Heimnis. Äh, et da... ...und schon will er... ...same ik dit klasse hin. Et löft. Blum. So, vielleicht is ja da Medo-Ozin. Nö, warum denn auch? So, hier is geen Tresor. Nischt. Dit is nicht so gut. So, da sind wir durchgekommen. Ich treffe noch nicht mal die Tür. Ich sollte wirklich nach Hause. Hey, Picklocks. Und ein bisschen Plastik. Äh, was ich jetzt erstmal nicht sammle. Jo. Ach, shit, auf dem Pullerwasser jetzt. Brauche ich jetzt nicht. So, was ist dahinter? Dahinter ist doch... Ich hätte jetzt gedacht, dass da eh dahinter ist. Aber da ist ja was versteckt hinter. Äh, oben. So. So. Ups. Jut, jut. Das Dumme ist, oben wartet auf uns auch noch was. Bitte, Bandage. Ja, die falsche. Na ja, wenigstens etwas, ne? So. Ich muss doch einfach bloß ein bisschen vorsichtiger sein. Dit kann ja wohl nicht so schwer sein, Kabin. Dit wär doch ein Witz, wenn wir dit nicht schaffen. Jut. Haha. Hallo? Hu. Oh, alter. Einen Schuss. Jetzt sind es weh. Macht die Sache aber auch nicht gerade besser. Gut. Äh. Ich geh mal davon aus, dass man dit eher braun war. Warum sag ich denn sowas? Ich muss hier lang. Äh. Ich bin verwirrt. Danke. Jetzt sollte ich wirklich raus. Falsche Richtung. 10% ist es Zeit, um zu verschwinden. Das erste Mal, dass ich lang, äh, ihr winne. Neckten doch alle am Puppets. Ich will nicht mehr mit euch spielen. Ihr seid böse. So, wir werden jetzt da zurückgehen und, äh, Es wird jetzt echt Zeit, dass ich die Bandagen einpacke, wa? Also die anderen. Ich muss jetzt mal andere Bandagen herstellen. Dazu fehlt uns Blut, aber man kann sich ja kein Blut mehr absappen. Man muss ja diese scheiß Dings finden. Verdammt nochmal. Schiebung. Naja. Wir sind bei 30 Minuten. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt in der Hose, mach alles soweit fertig und dann ist es Horde, ne? Also, bis morgen. Bis morgen.